Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Crypto Update Video. Bitcoin bei 41.000 US-Dollar. Wir starten etwas bearischer in die Woche, aber man muss endlich auch mal dazu sagen, endlich gehen wir etwas runter. Nachdem wir letzte Woche hier die ganze Zeit ein bisschen rumgedumbelt sind um das Golden Pocket, haben wir jetzt heute Nacht ein bisschen Abverkauf gesehen. Zumindest der WIC wurde jetzt das erste Mal gefüllt, das war ja letzte Woche schon unser Ziel. Also den können wir jetzt erstmal wegmachen und seitdem stabilisieren wir uns jetzt hier derzeit im Bereich zwischen 40.800 bis 41.000 US-Dollar. Gehen wir möglicherweise weiter runter, das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update Video anschauen. Außerdem wie gehe ich jetzt weiter vor mit der Short-Position? Werde ich wieder einkaufen? Also Spot-Position einkaufen? Und wann gehen wir auf jeden Fall long? Das werden wir uns auf jeden Fall alles jetzt genauer ein bisschen anschauen. Bevor wir jedoch starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale. Kommt da gerne rein, den Link dazu findet ihr unten kostenlos in der Videobeschreibung. Außerdem, wenn ihr noch eine Börse sucht, wo ihr das alles traden könnt, kann ich euch nur meine Partnerbörse BingX empfehlen. So, jetzt aber rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin bei 41.000 US-Dollar. Wir sind hier am 1-Stunden-Time-Frame und wir sehen, das Volumen ist in den letzten Tagen deutlich, deutlich angestiegen. Hat natürlich auch damit zu tun, wir haben sehr, sehr viele Liquidierungen. Einerseits natürlich in die Long-Richtung, andererseits natürlich auch in die Short-Richtung. Und gestern Abend ist das Funding dann auch wieder komischerweise relativ stark angestiegen, was mich ein bisschen gewundert hat übers Wochenende, was aber dann auch wieder nur dazu bekräftigt oder mich dazu bekräftigt hat, einfach weiterhin in der Short-Position zu bleiben. Mittlerweile zweiten Take-Profit genommen, den dritten, den wir hier oben aufgemacht haben, von dieser Short-Position, da haben wir ja letzte Woche noch drüber gesprochen. Stop-Loss war hier oben über dieser Marke von 44.055 US-Dollar. Deswegen jetzt zweiten Take-Profit genommen. Den dritten werden wir dann hier unten in Richtung 39.800 US-Dollar nehmen, sollte es überhaupt so weit kommen. Jetzt wurde erstmal hier der Wig gefüllt. Das war ja so das erste Ziel, einfach wegen der Liquidität. Es ging nicht unbedingt tief, wir haben hier so ein bisschen Stopping reinbekommen. Die nächsten Ankerpunkte, würde ich jetzt einfach mal behaupten, wären hier unten bei 40.200, 40.400 US-Dollar. Da haben wir noch zwei kleinere Wigs, die aber auch sehr, sehr wenig Volumen bieten. Also wenn wir uns mal diesen Wig anschauen, seht ihr selber, riesen Liquidation Candle. Und an diesen Wig hier unten sehen wir schon wieder nicht wirklich viel, was es hier unten noch abzufischen gibt. Die nächsten Marken, wie gesagt, sind dann eben hier die 39.800 US-Dollar-Marke. Weil wir hier dann, da können wir jetzt auch mal ganz kurz den Traders-Reality-Indikator anmachen, sehen wir auch, okay, wir haben hier schon noch einige Vector-Candles, die es zu füllen gibt, zumindest mal in diesem Preisbereich. Wichtig auch im 4-Stunden-Timeframe, wir haben jetzt unsere lila Box, also unseren lila Trends erstmal durchbrochen. Und wir sind unter dem Daily Open jetzt auch erstmal runtergefallen. Also das sollten wir jetzt auch im Laufe des Tages jetzt mal ein bisschen im Blick behalten. Es sieht momentan nicht ultra bullish aus, es sieht aber auch nicht ultra bearish aus. Solange wir, sag ich jetzt mal, im Laufe des Tages nochmal hier in den Bereich kommen, bei ungefähr 40.200 US-Dollar bis 39.800 US-Dollar und dann sogar noch hier drüber schließen, also wirklich in den Bereich der 40.300 US-Dollar schließen, also nur ein Wig darunter kriegen, ist es mega bullish. Und dann können wir auch wieder von höheren Kursen ausgehen Richtung 44.400 US-Dollar. Aber, ich habe es letzte Woche schon dazu gesagt, ich bin immer noch diese Woche sehr, sehr vorsichtig, was es anbelangt. Ich werde jetzt wieder auf jeden Fall einsteigen, wir haben jetzt 41.000 US-Dollar bei Bitcoin. Ich werde jetzt wieder meine Käufe bei BTC langsam wieder einsteigen, also ich werde weiterhin täglich einkaufen, was das anbelangt. Größere Spotkäufe habe ich ja letzte Woche schon dazu gesagt, 39.800 bis 37.700 und dann hier unten zwischen 33.500 und 33.000 US-Dollar. Das sind die nächsten riesen Buying Zones, ansonsten werde ich jetzt wieder täglich anfangen zu akkumulieren und täglich hier wieder einkaufen. Werde ich jetzt wieder mit starten, wie gesagt, momentan ist die Marktlage, bietet sich an und die Korrektur, über die wir jetzt schon seit, ich sage jetzt mal zwei, drei Wochen drüber sprechen, sollte jetzt auch bis, ich sage jetzt wirklich mal maximal 26.12 abgeschlossen sein, weil dann rechne ich wirklich mit einer kleinen Christmas Rally, beziehungsweise After Christmas Rally, jetzt vorher rechne ich jetzt nicht mehr damit, dass wir jetzt enorm pumpen, aber wie gesagt, wir erwarten dann einen Spot-ETF, der dann kommen sollte, spätestens so zwischen 5. und 10.1. und davor, dass man hier schon ein bisschen Stimmung macht und sowas, vielleicht zickert vorher ja schon was durch und dann in die Long-Position einsteigt. Und ich werde auch, je nachdem, wie wir uns jetzt heute hier verhalten, werde ich wahrscheinlich dann die erste kleine Long-Position aufbauen und dann aber mit einem Dreierhebel und dann immer wieder nachkaufen. Und diese Position, wie gesagt, überlege ich derzeit hier so zwischen 40.500 und 40.200 US-Dollar zu starten und dann langsam hier nach unten immer wieder ein paar Buying-Cluster reinzusetzen, um die Position dann nach unten hin für einen potenziellen Bullrun und dann Richtung All-Time-High aufzubauen. Gerne mal eure Meinung dazu reinschreiben, was ihr davon haltet. Seht ihr noch ein bisschen stärkere Korrektur oder sagt ihr, nee, okay, das war es jetzt, wir gehen jetzt wieder gut. Also schreibt es unten gerne mal in die Kommentare generell auch, was ihr von dieser Woche jetzt haltet. Gehen wir rüber zu Ethereum. Wie sieht es dort aus? Ja, eigentlich sehr, sehr ähnlich wie bei Bitcoin. Auch hier haben wir kein höheres Hoch hier mehr geschafft. Der WIC, komischerweise, wurde immer noch nicht gefüllt. Da haben wir ja letzte Woche schon mal drüber gesprochen, dass da auch noch eine Menge Liquidität liegt und ich mir die letzte Woche eigentlich schon gerne gefischt hätte, auch mit einer möglichen Long-Position. Wir sehen, okay, die Ineffizienz wurde geschlossen. Da haben wir auch am, ich glaube, Donnerstag war es, Donnerstag drüber gesprochen. Seitdem ging es dann ordentlich nach unten, aber wie gesagt, dieser WIC hier unten, der sollte noch gefüllt werden bei 2.117 US-Dollar. Momentan noch ungefüllt, bietet aber auch, und das ist auch sehr, sehr interessant, wenn ihr euch mal das Volumen anguckt, sehr, 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 sehr wenig Volumen, was wir hier in diesem WIC drin haben. Und wenn wir uns das mal so die letzten Tage angucken, seht ihr extrem hohes Abverkaufsvolumen. Hat einerseits natürlich zu tun, auch hier mit sehr, sehr vielen Liquidierungen, die hier natürlich stattgefunden haben. Andererseits natürlich auch, weil deutlich mehr Short-Volumen natürlich auch reingekommen ist. Weil jeder jetzt versucht doch nochmal irgendwie das Top shorten zu wollen, warten wir hier erstmal ab. Also momentan würde ich hier derzeit noch nicht irgendwie über eine Long-Position nachdenken. Da setze ich momentan eher die Priorität auf Bitcoin. Sollten wir bei Ethereum weiter abverkauft werden, dann müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht zu diesem Preisbereich einerseits hier zwischen 2.096, also genau da wo der WIC ist, da liegt das Golden Pocket. Ansonsten machen wir auch hier mal ganz kurz den Traders-Reality-Indikator an. Sehen wir auch, okay, wir haben hier schon noch einige Vektoren, die es hier zu füllen gibt. Also das Risiko derzeit hier irgendwas reinzumachen, viel, viel zu hoch, viel, viel zu viele Vektoren, viel zu weniger, kann man glaube ich so sagen, Abverkauf bisher. Also wenn wir das mal so ein bisschen mit Bitcoin vergleichen, gefällt mir der Bitcoin-Abverkauf derzeit ein bisschen besser, auch wenn sich die Charts sehr, sehr ähnlich sehen. Aber vom ganzen Gefühl her gefällt mir derzeit der Bitcoin-Abverkauf deutlich, deutlich besser. Ja, ansonsten gibt es derzeit in der Richtung wenig zu sagen. Wir warten mal so ab, was die US-Märkte machen. Die Futures sehen auf jeden Fall schon wieder mal etwas bullischer aus, wenn wir uns das mal ganz kurz angucken. S&P 500 weiter auf sehr, sehr hohem Niveau, Dow Jones auf hohem Niveau. DAX bin ich jetzt diese Woche mal sehr, sehr gespannt, ob wir hier diese Woche mal den Abflug sehen, ob wir wirklich noch diesen Christmas-Dump kriegen. Also ich hoffe es wirklich, dass wir diese Woche nochmal komplett abverkaufen und dann nächste Woche wirklich sehr, sehr bullisch dann, ja, Weihnachten, Neujahr steht ja dann alles an, dass wir da dann möglicherweise rein starten. Warten wir es einfach mal ab. Auf jeden Fall Altcoin-Update-Video weiß ich noch nicht, ob ich heute noch bringen werde. Wie gesagt, mir ist momentan, und deswegen kam auch letzte Woche kein Altcoin-Update-Video, die Lage derzeit ein bisschen zu riskant. Einerseits würde ich mir hoffen, dass eine riesige Korrektur kommt. Andererseits, wenn ich jetzt sage, ey, nutzt jetzt die Korrektur hier zum Kaufen, weiß ich nicht. Mal als Beispiel Chainlink hier jetzt mal rausgesucht. Ihr seht hier diese auf Daily, vor allem Multiplen, Barish Divergence, diese rasanten Rallys, die wir hier gesehen haben. Also auch hier könnten noch rasante Abverkäufe kommen. Deswegen warte ich hier derzeit noch ein bisschen mit den Altcoin-Update-Videos ab, schaue die ganze Woche ab und dann gucken wir mal, wo wir gegebenenfalls nochmal einsteigen können. Aber man muss hier auch sagen, Chainlink sind wir alle schon locker 200% im Plus. Abverkaufs, also die Verkaufszone zum Beispiel, jetzt nur mal als Beispiel Chainlink, wurde hier perfekt getroffen. Also auch hier, nehmt bitte euren Einsatz raus oder zumindest mal, ja doch, einen Einsatz raus. Und dann schauen wir einfach mal die nächsten Tage und Wochen weiter. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, wünsche ich euch allen eine schöne, erfolgreiche Woche. Lasst es euch gut gehen, wir hören uns dann eventuell später nochmal. Und ansonsten hören wir uns morgen früh zum Update-Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao und ja, wie immer, stay crypto.